Zurück zu den riesen Euphir Multiplayer. Wir starten gerade die Runde wieder. Und hier sieht ihr den Parker-Panzer. Der hat jetzt übrigens ein neues Mikrofon. Deswegen wird er mal wieder in Vitos vorkommen, weil er jetzt so richtig erotisch klingt. Ihr werdet ihn nicht wiedererkennen. Ja, das ist wirklich so. Also Lukas hat jetzt eine richtig schöne neue, klare Stimme. Und er ist auch ein Abman. Und wir sind mal froh darüber, dass wenigstens jemand auch Abman ist, von dem wir wissen, dass er die Sache ernst nimmt. Ja. Huh, was war denn das jetzt? Mali wird Kaiser. Ja, ja, wir haben schon mal Hayidi als Kaiser gesehen, deswegen wundert uns das nicht. Ja. So, und damit auch von mir ein herzliches Aure und herzlich willkommen zurück zu Euphir, der große Multiplayer. Ja, die Kriege sind überstanden. Schuldenfrei bin ich noch nicht, aber ähm, hehehe, überweite noch nicht. Wir müssen jetzt momentan ein bisschen aufrüsten, von der Technologie her ein bisschen hinterherkommen. Wobei es jetzt, ich würde sagen, langsam geht es voran bei uns. Wir haben halt am Anfang wegen den ganzen Kriegen, die haben uns zurückgehauen, auch technologisch, EDC, aber militärisch komme ich hinterher. Administrativ wird es ein bisschen noch dauern, weil ich jetzt erstmal gegen die Ainu marschieren muss und dem was wegnehmen muss, bevor sie sich hier zu sehr ausbreiten. Und dann haben wir eigentlich Japan gut unter Kontrolle. Ja. Ja, ich würde mal sagen, unsere einzigste Schwäche wäre jetzt, wenn jemand auf die Insel invasieren würde, währenddessen hier die Staaten unabhängig sind, aber dann würde ich auch einfach wirklich, ähm, in der Art intervenieren, dass ich den Staaten den Krieg erklären würde. Also die, die der anderen den Krieg erklärt hat und uns einfach schnell überrennen würde. Ja. Auch wenn ich bloß momentan, äh, nur auf 5000 Mann zurückgreifen kann. Ach du Scheiße, das sind Söldner, oh mein Gott. Naja, unsere Länder sind, äh, ziemlich am Arsch. Und entschuldigt, dass nicht so regelmäßig Videos am Anfang kamen. Ich denke jetzt, momentan, müssten der, müsste der Multiplayer rausfließen, weil ich das dann wieder heute Nacht oder morgen früh dann ganz schnell fertig bearbeite und mache. Und TDC, dass das mal wird. Ah naja, ich habe viel zu tun gehabt und auch noch wieder eine Stelle, in der eine bestimmte Person reingekostelt hat, die ich jetzt so wegschneiden muss. Das kostet mir einfach bloß Zeit und Nerven. Ist halt leider nicht sowas wie Sony Vegas Pro, wo du es einfach reintust, schnell plopp plopp und dann ist es einfach fertig. Sondern es dauert auch ein bisschen auf YouTube. Vor allem, weil es dieses Video nochmal ablaufen muss, dann musst du nochmal nachschauen, ob auch wirklich YouTube alles richtig gemacht hat in diesem Video, wo es du geschnitten hast. Ja. Nee, ich habe dann auch im Grunde genommen nur rausgeschnitten, äh, das Eintreffen quasi und dann bis dahin, wo ich den Cut gemacht habe. Ja, genau, das macht. Also knapp acht Minuten. Und dann habe ich es halt. Ich habe halt einfach noch keine Lust gehabt, das zu bearbeiten sozusagen, weil es halt wirklich so ein ewig langes Prozedere ist. Aber ich denke, du verstehst das, Neptun. Ja, gut, es ging eigentlich. Dadurch, dass ich dann, ich wollte ja erst noch zurecht schnippeln, aber das wäre dann hässlich geworden. So wie ich es dann gemacht habe, ging es dann eigentlich recht flott. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte nochmal mit Heiko eigentlich über die Nationenruinierung reden. Verdammt, das habe ich ganz vergessen. Weil die Nationenruinierung, ne? Meine Nation würde super vorankommen, wenn ich noch ein, zwei Darlehen aufnehmen könnte. Natürlich wird es jetzt ein bisschen ins Geld auch noch reingehen und alles, aber es wäre für das Zukunftsrechtliche besser, dass ich hier mich aggressiver und expansiver besser bewegen kann. Ah, ich denke, da wird bald einer rausfliegen, weil momentan sind ziemlich viele, schau mal, neuer Kaiser. Wäre jetzt nicht was im Kaiserreich. Ich finde es sehr schade, dass wir nicht nach da drüben sehen können irgendwie. Ja. Aber das kommt. Ich kann jetzt schon gucken bis nach Mamos. Mamos, Indien kann ich schon ganz sehen und ich kann den Oman sehen und Baluchistan hinten, ne? Und Baluchistan, ja, sehe ich auf der Karte. Oman sehe ich hier, Hormuz sehe ich. Ja, und Maskat. Und Maskat, genau das sehe ich auch. Wir werden, glaube ich, genau die gleiche... Komm, ich kann mich jetzt gar nicht nachvollziehen, warum. Ich kann den Adel... Oh doch, ich nehme den Adel noch was. Ich verliere jetzt davon, dass die administrative Macht. Ich kann es jetzt zwar eigentlich nicht leisten, aber ganz ehrlich, das ist es doch... Ne, ich muss jetzt auch mal grad gucken, was die Herren wollen. Der Landstand Adel gewinnt 5 und Kaufmanns geht verlieren. Ich glaube, der Adel kann ruhig mal fest... Aber es gibt Steuern. Oh, wir brauchen unbedingt Steuern. Steuern, Steuern, Steuern. Ja, wie schon gesagt, es lohnt sich, diese Leute loyal zu halten, weil ich bekomme zum Adel Erholungszeit, der Mannstärke plus 15%, was extrem gut ist hier oben, für mich. Und Armeeunterhaltsmodifikator minus 7,5%, das heißt, ich spare Geld. Du, ich habe den Adel stabil bei 100% Loyalität. Ich bin aber bei 80% momentan. Wie schon gesagt, ich passe ein bisschen mit den Provinzen auf, weil ich möchte auch nicht, dass sie zu viel Einfluss bekommen. Mhm. Weil ich mir auch aus dem schon militärische Macht rausgezogen habe. Die Kaufmannsgilden, die können mir doch bestimmt Geld überweisen. Oh, das ist schon mal gut. Da hole ich mir direkt mal was. Doch, von denen habe ich mir schon mein Geld geholt. Oh, hat das jetzt gerade nicht geklappt? Kann ich mehrmals das machen? Nein. Nein, das kannst du alles 10 Jahre machen, mein Lieber. Ich konnte aber draufklicken, das war noch... Okay, das war glaube ich gerade ein bisschen buggy, aber... Neptu, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Dieter an. Der kann sogar Darlehen aufnehmen. Ja, das kann er, vielleicht. Gehe nochmal zu Onkel Hermann in die Werkstatt. Der gibt dir eine Festanstaltung, wenn du eh darum bittest. Jetzt halte ich das Maul, sonst bring ich hier noch was um. Nein, sonst wirst du umgebracht. Das ist ein Unterschied. Ich bin auch am überlegen, ob ich die Festung von Mino nicht lieber nach Kyoto verschieben würde. Und wenn du dann in Setsu noch eine Provinz hättest, und wir ja eigentlich, wenn jemand uns den Krieg erklärt, zusammen im Krieg sind, dann hätten wir hier voll die fette Blockade in der Hände. Ich bin die einlesende Finanztrohle, ich hab voll die Ahnung, du bist schlecht. Ja, ungefähr so kommt es ja auch öfters mal vor, muss ich sagen. Uh, ich wollte eigentlich die... Nee, passt schon. Wir tun ja sowieso jede Stunde Neustand, dann würde ich schon sagen. Stärke durch Zuspruch. 2-4-4. Oh Gott. Wie alt ist mein Kerl? Der ist 18. Also ich denke mal, er wird es noch länger durchhalten. Ja, ich nehme die Prestige. Ich brauche die Prestige. Rät den Zweck auf. Hol mir die Prestige raus. Pff. Uh, HX geht nach hier. Rät den Reihen rein. Schon gesagt, die Eino möchte ich mir jetzt ziemlich schnell einverleiben, weil... Warum sollte ich die am Leben lassen? Damit spielen wir eigentlich auch Schwierigkeitsschwer oder normal? Normal. Normal. Okay, weil mich nämlich wundert mit der ganzen Illoyalität, ne? Weil die hatten wir... Vielleicht war ich so schnell groß geworden. Ich weiß nicht, wir hatten einfach diese Illoyalität... Nee, ich weiß, warum wir die nicht hatten. Äh, als wir die Probe gespielt haben. Genau deswegen war ja unser... Weil du ja gleich, ähm... Zwei Dinger annektiert hast, ne? Oder zumindest ein bis zwei. Wodurch ich keine zu viele diplomatische Beziehungen mehr hatte. Und dadurch konnte ich es stabil halten. Mhm. Die Beziehung zu denen. Und dadurch, das andere habe ich ja extreme Malis bekommen. Also Japan ist auf jeden Fall... Da müssen sie nochmal drüber. Ja. Also unser eigenes System für entwickeln. Ich habe das auch jetzt erlebt in meinem Iron Man. Mein Frankreich Iron Man, den ich inzwischen auch als Livestream weitermache. Und, ähm... Was geht das wieder los? Ähm... Japan ist vereinigt. Aber nicht unter Japan, sondern unter Ushi. Oh ja, die Clans übernehmen die Macht. Ja. Der Shogun hat kein Sagen mehr. Ja, was heißt er hat kein Sagen mehr? Er hat einfach keine Macht mehr. Der kann sich dagegen gar nicht wehren. Aber ich sag's mal andersrum. Ich glaube, wir können so ein bisschen froh sein, dass dadurch mal... Dadurch, dass ich rausgeflogen bin, dass dadurch das Kräftegleichgewicht so ein bisschen aufgehoben wurde. Weil ganz im Ernst, ich glaube, wir würden jetzt noch in dieser Partsituation sitzen. Mehr oder weniger. Nee, Lau, ich hab doch gesagt, wir hätten den Masterplan einfach angewandt. Dadurch hätte ich, äh, mit dem Frieden erzwingen, ne? Ja, gut. Und dadurch hätte ich ja, ähm, eine Beziehung, äh, hätte ich ja zwei Beziehungen weniger gehabt. Ja. Weil die anderen ja als Vasein freigekommen wären, was mich auch nicht gestört hätte. Und dadurch wären alle anderen loyal geblieben mir gegenüber. Ja, das stimmt allerdings. Es war ja sozusagen, unser Masterplan, der hat ja nicht geklappt. Ja. Boah, Uschi hat einfach jetzt noch 9000 Mann. Ich sehe sowieso für uns nicht ganz so viele Soldaten, muss ich... Äh, nicht Soldaten, sondern einfach... ...so viele... ...Torsen momentan. Aber mal schauen, wie es klappt. Irgendwann wird Kaiser? Was? Keine Ahnung, was sie wollen. Ich kann ja das Kaiserreich nicht ansehen. Mein nächstes Opfer wird dann wahrscheinlich Otomo sein. Wobei ich da das Problem habe, dass die, ähm... Dass die, dass die, dass die... Dass der Anspruch... Oh, ein 5-3-3er, ja, der geht. Moruhito? Ja, du darfst Moruhito heißen. Ich bin froh über meinen, äh, Drohnenfolger. 5-3-3. So ein Einzelmilitär weniger, aber dafür richtig gute Administrativen. Und das ist, was er sich brauchen kann. Das mit der Administrativen ist eine Katastrophe. Und ich muss noch ganze 14 Jahre warten, bis ich den nationalen Schwerpunkt ändern kann. Ganz schlecht. Sag, was hast du den denn bitte? Auf Diplomatie im Moment. Warum? Weiß ich nicht mehr. Das ist das Beste. Warum tust du das? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Vor allen Dingen, ich könnte den Aufnahmen noch nicht nachvollziehen. Als ich das gemacht habe, muss wohl gerade Aufnahme-Pause gewesen sein. Ich hab mir die ja alle nochmal angeguckt, zum größten Teil. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ne. Irgendwie sind alle Clans, die übrig geblieben sind, und haben sie miteinander verbündet. Ja. Ja, ich werde sie so umbringen. Jetzt mach ich mir erst mal noch meinen Anspruch auf die Ainu. Wenn ich wenigstens richtig gewählt. Scheiße, ich hab Kamikawa und ich Tokaiji gewählt. Wobei, Tokaiji ist 1-1-1, da geht das schon. Und dann durch gegen die Ainu marschieren, da wär's nicht schlecht, wenn ich trotzdem... Deine Truppen da oben hätte einfach bloß, dass wir sie ganz schnell zerschlagen hat, um Geld zu sparen auf unsere beiden Seiten. Du bist ja trotzdem mit dem Krieg. Kriegssteuern sollten wir, glaub ich, eher nicht erheben. Naja, ja gut, das kostet nur militärische Macht. Naja, militärische Macht ist auch wichtig, weil wenn wir militärst zurückhängen, haben wir auch Probleme. Ja. Ich muss grad mal schauen, was Ainu für eine Flotte hat. Naja, Ming und Korea sind beide noch auf 4. Naja, in unserer Umgebung passen wir mit 4 schon ganz gut dazu, aber wie schon gesagt, Ainu hat 2 Schiffe. Sie haben 2 Kocken, also sind sie nicht... Doch, da haben sie noch was. Die haben noch 5 Handelsschiffe. Also, ich bin denen auf jeden Fall Flottenstärke her überlegen. Hab ich meinen Unterhalt von der Flotte noch oben? Und von der Armee, kann das sein? Ja, ich hab meinen Armeeunterhalt oben und den Flottenunterhalt hab ich auch oben, so. Kai, wann kann ich dir denn den Krieg erklären? Jetzt an 68. Du bist mit Uchi und Sheepa verbündet. Das wäre eigentlich an sich auch gar kein schlechter Krieg, muss ich sagen. Hadekayama ist mit Shiba und Shimatsu verbündet. Das würde uns, glaub ich, sogar noch besser passen. Was liefert der Klerus bei über 5% Dings? Bei was? 50% Loyalität. Ähm. Ich probier's auch mal. Zwischen 30... Das steht auch dort. Zwischen 30 und 60%. Nationalstab-Modikator plus 5% und bei über 60%. Stabilitätskosten-Modikator plus 2,5%. Muss ich zugeben, muss ich auch nicht. Also, das bringt schon was. Ich muss den Adel nicht höher als meine 60%-Modikator pushen, aber ja, es ist ganz gut. Gut, das brauch ich nicht. Dann lass ich den Adel mal in den Ruhen. Was haben die Kaufmänner für mich auf dem Lager? Auch nix. Ja, der Adel ist im Moment wirklich hier, mein. Oh, ich sollte auch nochmal... Naja, die Flotte ist zwar im Unterhalt hier unten, aber deswegen kann ich mir ja die Armee von Ainu anschauen. Aber ich möchte dich gerade groß aufrüsten. Ich denke, das ist verständlich. Ja, klar. Ich hab schon gesagt, wenn wir zu zweit kämpfen, dann sollten wir das schaffen. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass uns dann kein Clan in den Rücken fällt. Könnt ihr mir sogar vorstellen, dass irgendein süßer Bündnisse nach mir jetzt den Krieg gleich erklärt, wenn sie unabhängig sind, aber dadurch tun wir sie dann uns einfach holen. Wird für den kein Vorteil sein. Ja, treten zu lassen. Okay, die Ainu haben bloß 4000 Mann. Hm? Die Ainu haben bloß 4000 Mann. Hm. Dafür, dass sie so groß sind, na gut, die haben schlechte Provinzen oben. Das sind alles bloß 1, 1, 1er Provinzen. Im Oktober endet der Waffenstillstand mit Oshii. Das ist... Da endet der Waffenstillstand mit allen. Das ist scheiße, zu deutsch gesagt. So. Ich muss aufrüsten. Ja, ich kann nicht großartig aufrüsten. Ich muss jetzt erst mal meine 5000 Mann bleiben und noch mindestens ein Darlehen zurückzahlen. Du, ich hab noch neun Darlehen. Ich durche sogar meine Armee mal, ähm, prophylaktisch nach Hitachi bewegen. Weil nach Hitachi kommen sie nicht, solange sie nicht eine meiner Festungen eingenommen haben, sobald sie uns den Krieg erklären. Da ist meine Armee sicher, bis sie ihr Moral aufgefüllt hat. Weil die auch auf der Insel, mehr oder weniger, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es bei unserer Momentanlage so schlau ist, wenn du die Flotte stilligst, anstatt nur die Moral runterzumachen, Neptun. Weil, ne Flotte, die wo wenig Prozent hat, die ist halt sehr schnell dann unten, ne? Ja, das rechtlich. An sich ist es ja gut, Geld sparen, aber wir sind in der Verzückten-Situation, so nenn ich's mal. Und wenn sie bei dir letzten Endes sind, halt Tosa und wie heißt die andere Insel, aber gute Rückzugsorte für deine Armee, ne? Ja. Ich würd' ja gerne nach Yukio kommen, aber... Vielleicht sollten wir uns doch erstmal überlegen, bevor ich die Einu angreife, dass wir echt gegen die Clans gehen. Wir uns das Geld technisch leisten können. Ich mein, ich brauch fünf Monate noch, dann kann ich das nächste Darlehen abzahlen. Dann krieg' ich nochmal mehr Geld. Verzwickte Lage, Leute, verzwickte Lage. Normalerweise würde ich auch sagen, wir lassen uns euch nicht sehen, aber ich denke, gerade eben ist es so ein Ding, wir schweben hier zwischen, wir philosophieren und dann könnt ihr besser nachvollziehen, was dann danach passiert, denke ich mal. Ja. Deswegen lasse ich euch jetzt echt mal dabei. Und um ehrlich zu sein, das macht's mir einfacher, wenn ich einfach diese Parts dann splitte. Und wenn hier wirklich dann die Clans geeinigt sind und wir wirklich eigentlich gar nichts mehr machen, dann mach' ich auch wieder Stopp zwischendrin dann. Das ist egal mir. Alter, was ist denn... Wie hat ein Hikes hier das geschafft, sich so weit auszubreiten? Welt ist im Wandel. Sauron benutzt Sauroman als Marionette um die... Mir ist aufgefallen, Indien ist ganz raus. Und Thailand. Ja gut, wir werden halt heute einfach nicht gekommen sein. Entweder sind die angepisst mit den Regeländerungen. Kann gut sein. Dass sie dann kein Ding mehr gesehen haben. Wobei sich Thailand und Inder, die hätten ein ziemlich gutes Bündnis machen können zusammen. Ja. Auch gegen Ming. Weil Ming ist nicht so stark, wie man denkt. Die Ming-Truppen, die haben eine extrem schlechte Moral. Das hat Mike schon mal erleben müssen, als er dachte, er wäre um einiges stärker als ich. Und dann hab ich dann mit, glaube ich, mit 6-7000 Mann hab ich sein riesiges Heer aufgehalten. Und dann kam Neptun und dann war es endgültig vorbei. Als du... Wie hieß nochmal dann dein Land danach? Ähm... Weil da haben wir nämlich angefangen zu zocken. Ich weiß gar nicht, ob du da von Anfang an dabei warst. Wir haben gesagt, wir wollen mal wieder eine Runde machen. Und ich glaub, da haben wir dich sogar anschrieben, ob du Lust hast mitzumachen. Wir wollen halt nach Asien erstmal gehen, ne? Ja. Ein bisschen nach Kunden und so. Wir haben Singleplayers und so gemacht. Ja. Und ich glaube, ja, das war's dann so ungefähr. Dann haben wir mit dir zusammen da gespielt und... Ihr seht's ja seit jeem... Hunger, Hunger, Hunger ist immer fest, seitdem wir in Asien das Bündnis waren. Stimmt. Stimmt, seit diesem Zeitpunkt eigentlich. Au, au, Neptun, der deutsche Heckenschütze hat mich gerade angeflüstert. Ich hab gehört, dass ihr Schulden habt. Braucht ihr finanzielle Unterstützung? Wäre ein Traum, wer ist denn das? Ming. Ähm, das ist Ming. Ich schreib ihn mal an, wäre ein Traum. Ich such gerade Ming, muss ich sagen, in dem... Ah, da ist er. Das wäre ein Traum. Gut, vielleicht wird er sich mit uns ja gegen Korea verbinden oder sowas. Ja, ich muss sagen, ähm, mit Ming zusammen wäre das... Äh, wären wir ziemlich mächtig. Ja. Weil wir würden uns ja vom asiatischen Kornieren festhalten und er wäre wirklich ja die Festlandsmacht, wenn wir hier da all die Inseln verwalten, weil Ming kann stark werden, wenn sie es schaffen, China zu gründen. Ja. Doch, Ming, kann Ming im Original China kommen? Ich glaub schon, oder? Ich glaub schon, ich meine ja. Ich würde jetzt normalerweise raustappen, aber das wäre mir zu gefährlich und stellen die Events nachschauen. Äh, das ist rauskant. Okay, 0,08 hat's jetzt ausgemacht. Ich hab gerade ein Darlehen abgezahlt. So. Alle Koalition gegen Österreich. Was ist denn da drüben los? Ich hör mal kurz Mike an. Also flüstern am besten im normalen Chat an, wenn was los ist. Ich mach's auch mal. Ja gut, ich kann's dir ja noch weitersagen. Ach du heilige Scheiße. Der Bedürfster konnte nicht gefunden werden. Ich hab ihn gerade eben hier angeschrieben. Ich muss dich bei Ming bedanken. Ming hat mir gerade 500 Dukaten geschickt. Oh, Light, mach was weiter. Mach ich gleich einen Moment. Oh, sogar Flyme, okay. Der scheint eine AE zu haben. Vielen Dank. Ich bin gerade unglaublich glücklich. Ja, man muss auf jeden Fall Koalition machen müssen. Also ich hab mich gerade noch mal bedankt bei Ming mit. Vielen, vielen Dank. Also das ist echt wunderbar. Warum kann ich den denn nicht über das Ding anschreiben? Ähm, na tu nicht. Du dir gleich mal 100 Dukaten weiter schicken, okay? Wieso geht das nicht? Jetzt geht's. Naja, ich schick dir mal 150 Dukaten gleich weiter. Brauchtest du nämlich... Das war jetzt ein bisschen selbstsichtig, Klinge, aber du hast ein größeres Herz. Ich will nicht brauch's, um schnell mein Heer aufzurüsten, ne? Genau jetzt ist nämlich der Waffen-Stichstand vorbei und... Jetzt rüste ich mal auf. Na doch, also ich sag's mal so. Wenn sich Korea wirklich an unsere Sache hält, ne? Und auch Ming. Ich hab zuerst dran gezeigt, aber wenn die sich echt dran halten, Soll ich dir was sagen? Dann bin ich ja total dabei. Also dann bin ich super. Dann können wir dieses Bündnis echt richtig schön weitermachen. Es werden nur noch drei Darlehen, 105. Hast du nicht noch 105 zu viel? Moment, gleich. Du bekommst was? Ich schick dir mal 105 Dukaten trotzdem noch weiter. Übrigens, in mich hat sich eine Koalition gegründet von den japanischen Staaten. Ja, weil dann kann ich nämlich wieder Vollgas geben, weißt du? Ah, super. Dankeschön. So, dann kann ich mich jetzt nämlich wieder auf Aufrüstung konzentrieren. Vor allem die scheiß Söldner auflösen. Ja, die Söldner, die werde ich erst... Ne, die... Meine Söldner löst ich noch gar nicht auf, weißt du warum? Die sind meine Belagungseinheiten, dass meine normalen Einheiten keine Abnutzung kriegen. Ja, aber die sind zu teuer. Meine Söldner sind mir zu teuer. Ich hab die jetzt aufgelöst. Jetzt kann ich dann nämlich... ...gut aufrüsten. Und dann sind wir nämlich wieder anständig aufgestellt. Hm. Oh, ich hab vergessen auf Tukachi einen Anspruch zu machen. Okay. Ne, Neptun, jetzt rüste sofort auf. Rüste sofort auf. Bin dabei. Den flotten Unterhalt drehe ich schon mal rein prophylaktisch nach oben. Und auch meine Armee unterhalt, dass meine Armee mit voller Moral aufmacht. Weil dann bekomme ich bloß 1,83 momentan. Und dann wird jetzt gleich einen großen Krieg geführt. Müssen wir nur noch schauen, wie die Koalition aussieht gegen mich. Die Koalition ist Shiba, Takeda und Hadekayama, Uchi. Ist schon mächtig. Also vor denen hab ich Respekt, muss ich sagen. Das heißt, wenn ich Hadekayama jetzt angreifen würde, rein aus der Theorie wären Takeda, Uchi und Shiba dabei. Ich möchte aber nicht Shimatsu noch haben, wenn ich Takeda angreife. Dann hätten wir... Also über einen Angriff auf Takeda, ne? Ja. Könnte ich. Ah, genau. Dann über einen Angriff auf Takeda könnte ich uns gleichzeitig einen Krieg gegen Uchi und Shiba noch holen und Hadekayama. Dann würden wir diese gesamten Typen hier wegbumsen. Ja, das ist schon mal was. Ja. So, dann machen wir mal auf Kozuke durch meine Einheiten vereinigen. Das habe ich nämlich wieder ein einigermaßen starkes Heer. Wird Uchi mit in dem Krieg sein? Uchi, ja, habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, sorry, ich war hier gerade auf den Chat konzentriert. Weil Mali unbedingt gewählt werden. So, ich tue mir sogar noch 2000 Kavaleristen holen. Okay. Dann sollte... So, jetzt habe ich doch noch eine Dukade. Ich habe jetzt gerade eben durch diese 500 Dukaden von Mink haben wir gerade unser gesamtes Bild aufgemacht. Ich frage mich, ob das eine illegale Aktion ist. Eigentlich nicht. Aber es ist ja bloß Geld gegeben. Ja, klar. Es ist sowas für uns im Nationalpark. Dann müsste es ja auch illegal sein, wenn wir hier alle paar Monate 50 Milliarden Euro angriffen und überweisen. Sag mir, es ist doch so, er hat gerade der Modernisierung beigegehalten. Da denke ich doch, das wird doch alles ganz gut klappen. Koreanisch, jawohl. 120 Siedler, 1000 nötig. Ihr Wachstum von den Koreaner ist ja gerade so groß. Also ich habe ja 7000 Mann. Ja, ich bin bald auf 11.000 oben. Gegen Uchi's 9, da würde ich gerne... Äh, Neptun, du solltest mindestens noch 2000 Infanteristen hier holen. Ja, ich weiß, von welcher Mannstärke. Ach, du hast keine Mannstärke mehr. Ich habe noch, ah, jetzt habe ich 956. Ich mache jeden Monat... Hast du deine Söldner aufgelöst, oder was? Hätte ich nicht gemacht. Die sind zu teuer. Ja, aber wie schon gesagt, ich habe jetzt hier auch noch meine 3000 Söldner drin. Einfach bloß diese Sicherheit. Ja, im Zweifel baue ich halt nochmal 1, 2 Söldner. Das ist nicht das Problem. Das Geld habe ich ja jetzt. Es geht nur darum, dass ich mit den 3000 Söldner einfach zu seinem Minus bin. Und ich mich jetzt erstmal auf die Aufrüstung konzentrieren wollte. Ich überlege gerade, gibt es irgendwas, womit ich die Kaufmannsgilde noch ein bisschen höher... Ah... Nee, eigentlich die... Der Klerus und die Kaufmannsgilde, die reichen mir vollkommen, wenn die bei 30% sind. Und der Adel, der muss bloß immer über 60% bleiben. Ich muss mal kurz zur koreanischen Kolonie runter. Steuern erheben, verlieren Loyalität. Warte, könnte ich mir rein theoretisch leisten? Ja, das war ich erst, wenn ich sie wirklich brauchen würde, die Soldatenzahlen. Du! Geht das jetzt mal? Danke. Oh mein Gott. Bug-Using vom Feinsten. Was denn passiert? Ich wollte gerade eine Infanterie-Einheit ausbilden. Das kann ich nicht machen. Nein, das ist Bucky. Das muss ich aufheben. Ich wollte gerade eine Infanterie-Einheit rekrutieren. Und habe draufgeklickt. Ja gut, das ist jetzt scheiße. Habe draufgeklickt, aber es hat nicht reagiert, weil es wieder kurz gehangen hat. Dann habe ich nochmal auf das Plus geklickt. Auf einmal hatte ich zwei Infanteristen in der Bauschleife. Obwohl ich nur für 1000 die Mannstärke gehabt hätte. Jetzt habe ich den einen wieder aufgehoben, weil es Bug-Using ist. Jetzt habe ich auf einmal die 1000 Mann gekriegt. Was soll ich jetzt machen? Nix. Das ist halt so. Das ist kein Bug-Using gewesen. Das ist halt einfach ein Lack gewesen, der zu einer Asynchronität geführt hat. Das passiert. Da können wir nichts dagegen machen. Ja, dann gebe ich den jetzt aus. Auch wenn es mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm ist. Leute, hasst mich bitte nicht dafür. Es ist sonst nicht meine Art. Viele Soldaten tun den Utschi liefern. Sublime ist, diese Koalition hat zusammen nämlich viel mehr Soldaten als wir. Hm. Ich entschuldige mich. Hm. Moment. So. Mund leer. Ich entschuldige mich mit der Tatsache, dass ich in der ersten Folge rausgeflogen bin aus dem Spiel und dadurch alles kaputt gemacht wurde. So. Das ist jetzt ausgleichende Gerechtigkeit. Punkt. Und dann basta. Neptun? Was? Ich habe einen kleinen Plan. Und dann zeige ich, so böse war. Und zwar, wie wir den Feind um 9000 Mann erst mal erleichtern können. Bevor wir Krieg erklären oder so, wirst du deine 8000 Mann hoch nach Ichiko schicken. Wurde halt dahin vollkommen aufgesüßt her. Ja. Warte mal, was findet denn Ichiko? Ach da. Moment, warte mal kurz. Oh, Familie. Nervt ohne Ende. Also, nach Ichiko hoch, ne? Weil Mino hat ja eine Festung. Mino wird dann Uchi davon blockieren, dass sie weiter in den Norden laufen können. Wenn du verstehst. Wo ist er, ja. Und sollte es normalerweise. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, wir machen... Wobei. Nee, ich weiß was Schlaueres. Wir machen auch Ovari. Denke vor... Wo ist der Geländekartenmodus? Ihr seht schon, Leute. Ich... Versuche gerade unsere ein bisschen... Mistliche Lage. Grünland. Terrain-Nutzfläche. Also auf Nutzfläche und Grünland. Wir sollten entweder in Echu ihre Armee angreifen. Oder in Ovari. Denn... Dort haben wir Grünland. Wenn wir in Kai angreifen, dann kämpfen wir in Hügel. Dann haben sie einen extrem guten Verteidigungsbonus. Das Problem ist, in Ovari haben sie einen Fluss. In Echu nicht. Haben wir hier noch irgendwas zu Echu. Es siehst du einen Fluss zwischen... Echiko und Echu. Das heißt, ich müsste da ja auch von Mino aus angreifen. Dann würde ich das halt echt sagen, dass wir... Wir bemannen Mino, ne? Dann... Dadurch können wir auch gleichzeitig noch Shiba blockieren. Stimmt, dann kommt Shiba noch nicht durch. Bis in Mino eingenommen haben. Zumindest dann über Umwege. Dann bin ich in Mino drin. Oder wir stellen uns vielleicht sogar beide auf Mino, ne? Und dann tun wir in Hatekayama... Die Armee vernichten von Echu. Da bekommen wir keine Flussüberquerung, nichts, ne? Wir dürften sogar noch einen Bonus bekommen, weil wir vom Berg nach unten angreifen. Also von Berg-Terrain auf Dings normalerweise. Mhm. Aber wir haben ja kein... Doch, wir haben ost-astrogeradische berittene Bogenschützen, oder? Ja, berittene Bogenschützen. Das heißt, wir kriegen da einen kleinen Bonus sogar noch. Und da haben wir hier die Armee nämlich kaputt. Und dann schauen wir nach, wohin die sich zurückziehen. Und sollten die den Fehlermangel sich nach Deva oder so zurückzuziehen, dann tun wir ihre Armee dort endgültig vernichten. Zusammenstellen wir 20.000 Mann. Der Feind stellt zusammen 19.000 Mann. Das heißt, allein schon von der Anzahl her, da Soldaten haben wir schon. Vorteil. Mhm. Ich habe jetzt leider noch ein Plus von 0,11. Das heißt, ich werde auf jeden Fall ein Minus machen, sobald Festungen an sind. Wusstest du, um noch mehr Soldaten auch für den Krieg dann? Ja, wenn ich die nächsten 200 habe, dann gehe ich auf 10.000, dann habe ich das Truppenlimit. Oh, Takeda hat mir den Krieg erklärt. Mit Uchi oder ohne. Oh, die Idioten. Ohne. Eingriff. Die sind doch voll die Idioten. Du siehst, was die jetzt für einen Fehler gemacht haben, ne? Du musst sie unbedingt verfolgen. Die dürfen nicht rüberkommen. Woll. Alter. Weißt du, du bekommst jetzt zwar davon eigentlich nichts, aber das heißt, wir haben eigentlich so gut wie gewonnen. Es gibt dann keine starken Feinde mehr. Und den Süden übernehmen wir dann ganz einfach, ne? Ach, sag mal so. Wenn du schön Geld daraus ziehst, dann werde ich anteilig immerhin bedingt. Und das dankt mir schon. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt bedingt wirst, wenn du mein Untertan bist. So, ich glaube, du erst mal kriegst schon einer hin. Oh, stimmt. Aber ich kann dir ja trotzdem Geld abgeben. Juhu. So ist es ja nicht. So ist es. Α, schau mal! So ist es. So ist es. So ist das.